Hallo zusammen, ich hier ist wieder heute und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Partys in Kisten und diesmal habe ich mir meinen Demon Hunter hier geschnappt. Mit dem fehlt mir ja nicht mehr sonderlich viel, nur ist beim DH das immer so ein bisschen verzwickt, da es anscheinend die doppelte Anzahl an Alten gibt und dementsprechend die Chance, was zu kriegen, ein wenig geringer zu scheinen scheint. Und dementsprechend brauche ich jetzt aber nur noch ein einziges und zwar die Augenbinde, das wird wahrscheinlich der Kopf sein. Und ja, ich hoffe, ich habe Glück, 20 Kisten haben wir am Start und ich würde sagen, starten wir einmal durch. Erste Kiste ist schon mal ein Ring, das ist nichts. Dann haben wir die Schultern, die brauchen wir auch nicht. Dann haben wir die Kleve, die werden wir wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen öfter sehen, vermute ich mal. Den Hals, nochmal den Hals, okay. Dann nochmal die Kleve, ich habe es schon angesagt gehabt. Die Hose. Umhang, brauchen wir auch nicht. Den Ring. Nochmal den Umhang. Nochmal eine Kleve, ne, das ist auch falsch. Ein Trinket, okay, also Kleven haben wir jetzt schon mal dreimal, wahrscheinlich kommt es sogar noch einmal. Ah, da ist die Augenbinde, aber es ist die falsche. Das ist das, was ich meinte. Es gibt da halt von jeder, ähm, von jedem Item zwei, ne. Das ist die Augenbinde der Illidari und ich brauche auch Augenbinde der Illidari, aber die hat eine andere ID. Das ist halt das Beschissene, ne. Dann haben wir die Handschuhe. Nochmal eine Augenbinde. Ich bin schon fast im Überlegen, ob das am Lootsberg hängt, ne. Jetzt habe ich Rachsucht drin, ich mache mal Verwüstung rein, wenn ich die nächsten farm. I don't know. Dann haben wir eine Kriegskleve. Dann nochmal ein Gürtel. Drei Kisten haben wir noch. Einen Ring, das bringt mir auch nichts. Noch eine Kleve. Und das letzte Item. Äh, bitte. Also ich bin mir zwar nicht sicher, aber, ähm, ich habe jetzt mal einen anderen Lootsberg reingetan. Eigentlich dürfte es nichts ausmachen bei den normalen Items, ne. Also außerhalb den Waffen, aber ich habe halt jetzt zweimal die Augenbinde bekommen, aber mit der falschen ID. Das ist halt echt ein bisschen ätzend. Naja, gut, machst du nichts. Muss ich demnächst, äh, noch ein bisschen weiter im Party-Sync-Modus festen. Und ja, damit sind wir am Ende. Hatte mal wieder kein Glück. Vielleicht beim nächsten Opening. Ich verabschiede mich an der Stelle. Eutela. Bis dahin. Ciao.